Das ist, muss man sagen, eine wahre Informationsschlacht. Da sind wir gerade, glaube ich, in der Masse angekommen bei Sustainable Finance und darunter gibt es ein paar, die ein bisschen weniger machen und ein paar, die versuchen mehr zu machen. Das ist ein riesiges Problem, dass mir Finanzprodukte verkauft werden, die jetzt im Fall der Zertifikate nun wirklich keine Auswirkungen haben. Die haben natürlich das Thema auch auf dem Schirm, aber die sind auch nicht so aufgestellt, dass sie sich gemütlich irgendwie fünf Experten einladen können, die für die das ganze Problem lösen. Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftswissen.fm. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Jonas Zerweck, ich bin euer Host und ich arbeite hier am Wuppertal-Institut und dieses Mal geht es im Podcast ums Geld. Ich will wissen, was ich als Privatperson machen kann, dass mein Geld möglichst nachhaltig wirkt und ich will natürlich auch verstehen, was das überhaupt bedeutet, Nachhaltigkeit beim ganz großen Thema Geld, Finanzen, Geldfluss und so weiter. Wer sich dafür interessiert und im Internet recherchiert, der findet ziemlich schnell ganz, ganz verschiedene Angebote. Da gibt es sogenannte grüne Fonds, es gibt Banken, die sich als ethisch korrekt bezeichnen und vieles, vieles mehr. Und dazu kommt, dass ich beim Thema Finanzen immer auch ein bisschen skeptisch bin, weil ich nicht immer dem ganz traue, was mir da versprochen wird und zumindest ein bisschen besser verstehen möchte. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute mit zwei Menschen sprechen darf, die einen sehr guten Einblick in die Finanzwelt haben, aus zwei unterschiedlichen Positionen. Deswegen bin ich sehr gespannt, worauf wir in diesem Gespräch kommen. Zum einen ist hier Hendrik Burs im Podcast. Er ist Redakteur beim Magazin Finanztipp und da ist er Redakteur für den Bereich Geldanlage. Hallo Hendrik. Hallo Jonas, grüß dich. Und vom Wuppertal-Institut ist bei mir Jens Teupler. Jens ist Senior Researcher im Forschungsbereich Produkt- und Konsumsysteme und einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist es, zu schauen, welche Auswirkungen denn Finanzprodukte, Finanzprozesse insgesamt auf die Nachhaltigkeit haben. Hallo Jens. Ja, schönen guten Tag. Ganz kurz vorab, dieses Gespräch ist natürlich keine Anlageberatung und wir möchten auch auf keinen Fall irgendwie einen Kauf oder einen Verkauf von irgendeinem Wertpapier, einem Fonds, Versicherungsprodukt oder sonst irgendeinem Finanzinstrument empfehlen. Also ganz klar, was wir hier besprechen, das ist ausschließlich als Information gedacht. Wir informieren uns gewissermaßen auch gegenseitig, weil wir hier aus unterschiedlichen Standpunkten zusammenkommen und deswegen kann das auch überhaupt kein individuelles Beratungsgespräch ersetzen. Das ist wichtige Information vorab. Hendrik, ich habe gerade so mal so ganz vage zwei Schlagwörter hier im Raum ins Gespräch geworfen. Ich würde gerne am Anfang über so die allgemeine Marktsituation sprechen, dass du als Redakteur von Finanztabian ganz guten Überblick. Deswegen wollte ich dich, um das Ganze auch ein bisschen systematischer anzugehen, ohne auf einzelne Finanzprodukte am Anfang zu gucken, aber vielleicht mal so, was mich interessieren würde, ist dein Blick auf den gesamten Markt. Was sind so die zentralen Nachhaltigkeitsgeldthemen, wenn man in den Markt guckt? Also das größte Thema unter den Anlageformen sind sicherlich nachhaltige Fonds. Die sind am stärksten so im Fokus. Da gibt es ja eben verschiedene Sorten, über die wir sicherlich gleich auch sprechen werden. Aber daneben spielt auch schon noch eine wichtige Rolle das Thema nachhaltige Banken. Also wenn wir bei den klassischen Sparprodukten sind, wo habe ich halt mein Alltagskonto beispielsweise auch, wo lege ich Geld an, dass es jetzt ja wieder ein bisschen mehr Zinsen gibt als noch vor ein paar Jahren. Aber Nachhaltigkeit als Eigenschaft geht auch in ganz andere Anlageformen rein. Also da sind wir auch beim Thema Anleihen unterwegs. Wir sind bei etwas, was ich deutlich kritischer sehe, wie Zertifikate. Auch da findet man nachhaltige Produkte und selbstverständlich auch bei so etwas wie Direktinvestitionen, Schwarminvesting bzw. Crowdinvesting, wie nachhaltig dann die Produkte jeweils sind und natürlich auch, was man damit einmal für sich und auch für das Zielobjekt tut, das ist jeweils unterschiedlich. Aber man kann sagen, als Dimension existiert es eigentlich quer durch den Anlagegarten. Das geht so weit, das vielleicht auch zum Einstieg schon mal erwähnt. Es gibt ja etwas, was sich so schön das magische Dreieck der Geldanlage nennt. Also das ist so ein Konzept, wo man drei verschiedene Größen hat, nämlich wie renditestark ist eine Form der Geldanlage, wie liquide ist sie, also wie schnell komme ich immer an das Geld wieder ran und wie sicher ist sie. Und da sagt man immer, jedes Produkt hat so einen bestimmten Stellenwert in diesem Dreieck und alles drei auf einmal kriegt man eigentlich nicht hin. Und da ist jetzt das Thema Nachhaltigkeit eigentlich so als eine vierte Dimension so ein bisschen oben drauf. Also dann passt das geometrisch nicht mehr so ganz gut von der Vorstellung. Aber es ist sozusagen immer eine extra Eigenschaft, die sowohl von Anbieterseite, also von denjenigen, die solche Produkte auflegen und verkaufen wollen, draufgeklebt wird, als auch dann von vielen Kundinnen und Kunden dann eben auch nachgefragt wird. Bevor wir weiter in den Markt gucken, Jens, kannst du uns einmal erklären, warum das Thema Geld oder wie das Thema Geld und Nachhaltigkeitstransformation, warum das zusammenhängt oder inwiefern das zusammenhängt? Naja, die einfachste Antwort darauf ist, dass Geld Geld kostet. Wenn ich als Unternehmen investieren will, habe ich normalerweise nicht genug Geld auf der hohen Kante. Also nehme ich einen Kredit auf oder ich finanziere mich am Kapitalmarkt. Das geht mit Kosten einher. Und wenn ich jetzt für besonders umweltschädliche Aktivitäten billiges Geld bekomme, weil ich profitabel bin, dann ist das ein Nachhaltigkeitseffekt, in dem Fall ein negativer. Wenn wir es schaffen könnten, dass die Kapitalkosten für diejenigen sinken, die bereits nachhaltig sind oder nachhaltig arbeiten oder die vorhaben, ihr Geschäftsmodell zu ändern in Richtung der Transformation, also zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen, seien sie jetzt sozial oder ökologisch, dann hätten wir einen nachhaltiger Rennfinanzmarkt aus meiner Sicht. Und ergänzend zu dem, was Henrik gerade noch gesagt hat, mittlerweile sind Anlageberater verpflichtet, tatsächlich ihre Kundinnen zu beraten zu Nachhaltigkeitsaspekten. Ich glaube, seit 2022. Und noch ein weiterer Aspekt, der ganz wichtig ist bei dieser Marktsituation, ist, dass Banken mittlerweile verpflichtet sind, bestimmte Informationen offen zu legen über ihre nachhaltigen Informationen. Also vielleicht hat der eine oder andere schon mal das Wort EU-Taxonomie gehört. Da gab es eine Debatte um Atomkraft und Gaskraftwerke vor ein paar Jahren. Da geht es im Prinzip darum, dass Banken und andere Finanzinstitute nachweisen, welcher Anteil ihr in ihrem Portfolio zu substanziellen Beitrag zu übergeordneten Zielen leistet. Also vor allem Klimaschutz, aber auch Klimafolgenanpassung, Erhalt von Ökosystemen und marinen Ressourcen und so weiter. Und diese Regularien, da gibt es noch ein paar mehr, die auf die Banken zugekommen sind oder noch zukommen werden, führen dazu, dass die Institutionen Interesse daran haben, Geld nachhaltig zu holen, abzuholen im Finanzmarkt, nachhaltig zu investieren, aber auch nachhaltig zu verleihen. Okay. Das, was du am Anfang gesagt hast, das hast du vor allem auf Unternehmen bezogen. Du arbeitest auch vor allem oder forschst vor allem auch in Richtung Unternehmen und wie sie damit gehen. Aber das gilt auch im Grunde dann auch für private Anleger. Also wenn ich entscheide, wo tue ich mein Geld hin, dann hat das eine bestimmte Wirkung. Genau, dann kann es eine Wirkung entfalten. Auf der untersten Ebene kann es vor allem negative Wirkungen vermeiden. Das bieten mittlerweile, glaube ich, alle an, nach sogenannten Ausschlusskriterien zu sagen, okay, mein Geld soll nicht in die Waffenindustrie fließen oder in Pornografie oder dergleichen. Also so ethisches Banking, sage ich mal. Und dann gibt es Anbieter, die noch ein bisschen mehr anbieten. Die haben dann vielleicht Positivkriterien, die investieren gezielt in bestimmte Aktivitäten und darüber gibt es dann noch mehr und mehr verschiedene Produkte. In diesem Quadrat, von dem wir gerade gesprochen haben, natürlich kann das auf Kosten ein wenig zumindest der Rendite gehen und der Verfügbarkeit, würde ich sagen. Beim Risiko kann man darüber streiten. Du hast gerade gesagt, dass es sich so aufbaut von der unteren Ebene auf die oberen. Und Hendrik, du hast gerade auch eine Menge verschiedene Arten von Produkten angesprochen. Das klingt alles nach sehr, sehr viel und das deckt sich auch mit meinem Eindruck, wenn ich auf das gucke, was da angeboten wird. Was ist denn deine Empfehlung, klassischerweise als erstes, wenn man da rein möchte, wie verschafft man sich da einen Überblick über das, was es da alles gibt? Also das scheint mir einfach wahnsinnig unübersichtlich auch. Ja, der Eindruck ist aus meiner Sicht vollkommen zutreffend. Also der erste flapsige Tipp wäre, sehr viel Zeit mitbringen und sich eine gute Lesebrille mitnehmen oder so, also es ein bisschen gemütlich machen. Denn Nachhaltigkeit, ganz ernsthaft, dadurch, dass es ein komplexes Thema ist, der Punkt, der ganz oben steht, was genau bedeutet Nachhaltigkeit? Was bedeutet die für mich persönlich als individueller Anleger? Das ist erst mal so komplex, dass allein darüber man wirklich ja wendeweise Literatur findet. Und die zweite Frage ist, wenn ich denn dann festgelegt habe, was ist denn für mich nachhaltig? Oder du hast es angesprochen, Jens, wenn ein bestimmter Regulator oder eine Institution, ein Siegel, was auch immer, auch so eine Definition gegeben hat, dann ist die zweite Frage, die dann nachher kommt, wer erfüllt denn dann diese Definition, auf die man sich dann mehr oder weniger geeinigt hat? Und das ist, muss man sagen, eine wahre Informationsschlacht. Also die Berichte sind unglaublich lang, weil wir da über Hunderte und Tausende von Datenpunkten pro Unternehmen und dann natürlich, also wenn wir jetzt im Aktienmarkt sind und dann aggregiert in einem Fonds natürlich über noch viel mehr sprechen. Das ist ein Dickicht, ein Dschungel. Und das führt übrigens auch dazu, weil du gerade ja angesprochen hast, dass es in den Beratungsgesprächen mittlerweile Pflicht ist, danach zu fragen. Ja, aber es gibt zum Beispiel noch eine recht aktuelle Erhebung von dem Verband der Finanzberater AFW, also jetzt einer, der nicht unbedingt im Verdacht steht, das Thema irgendwie zu positionieren, sondern im Zweifelsfall vielleicht das sogar ganz interessant findet, mit reinzubringen. Und da ist die Rückmeldung einigermaßen ernüchternd, finde ich, dass ungefähr 22 Prozent der Menschen, die in diesen Gesprächen dann sind, überhaupt große Lust haben, über das Thema zu sprechen und sogar eine Mehrheit gesagt hat, ach, das interessiert mich eigentlich nicht, selbst wenn mir das der Bankberater vorschlägt. Da muss man jetzt auch wieder einordnen, das sind halt wirklich die Beratungssituationen, also bei der Bank um die Ecke. Das heißt, da reden wir schon wieder über ein bestimmtes Kundensegment nur, das vielleicht, jetzt ein Erklärungsversuch von mir, vielleicht ein bisschen traditioneller auch eingestellt ist, also die ganzen Menschen, die Selbstentscheider sind und zu Hause über das Online-Brokerage zum Beispiel sich das kaufen, die sind ja gar nicht in einer Beratungssituation, sondern ein großer Teil, weil es ja auch sehr viel kostengünstiger ist, von den Bankgebühren her, macht das ja tatsächlich auf eigene Kappe und das ist ja auch sehr bequem möglich. Das heißt, diese Informationspflicht trifft schon mal längst nicht jeden, aber diejenigen, die es trifft, die sind, so ist mein Eindruck, halte ich für durchaus plausibel, sind auch erstmal überfordert oft damit, was es denn jetzt genau heißt, was man sich dann alles anschauen muss. Und wenn man sich das dann eben nicht anschaut, das ist ja dann die Kehrseite, dann sieht man kleine grüne Blättchen-Symbole bei manchen Anbietern, mit denen dann manche Produkte gekennzeichnet werden. Das ist so ein bisschen wie im Supermarkt vielleicht auch, wo dann Bio dran steht, nur mit dem Unterschied Bio kann ich jetzt je nach Lebensmittel doch ein bisschen einfacher noch erklären, was dahinter steckt. Vergleichbare Bezeichnungen dann wie ESG zum Beispiel sind dann doch um einiges komplexer und passen nicht auf den berühmten Bierdeckel. Ja, ich glaube, diese Frage, was ist denn dann tatsächlich nachhaltig, die hebe ich mir noch für ein bisschen später auf, weil wir uns vielleicht noch ein bisschen näher dran wagen. Und weil es auch eine sehr komplexe Frage ist, du hast gerade gesagt, es gibt da sehr viel Literatur dann auch dazu. Und ich habe aber auch gerade verstanden von dir, Jens, dass das Thema Nachhaltigkeit für die Finanzwelt ein sehr wichtiges ist, auch ein bisschen durch politische Regeln. Ist das aber auch etwas, das, es ist jetzt schwierig, das vielleicht so zu formulieren, aber besteht da auch eine Motivation von Seiten der Finanzinstitute? Ist das dein Eindruck, dem Thema nachzugehen, weil sie es für sich für wichtig halten oder ist das eigentlich kein Kriterium? Werden da eigentlich nur die Vorgaben erfüllt, so gut es halt irgendwie machbar ist? Das kommt ein bisschen auf die Bank drauf an. Man kann bei Banking-Strategien durchaus unterschiedlich aktuell identifizieren. Da gibt es eine große Masse von Passiven, die warten darauf, dass was kommt und dann reagieren sie. Und dann gibt es welche, die ein bisschen in die Zukunft gucken, visionär, die haben dann meistens aber auch schon ganz andere Eigentumsverhältnisse. Also wenn wir an die Genossenschaftsbanken zum Beispiel denken, die haben traditionell schon ein ganz anderes Bild von Zukunft und Nachhaltigkeit. Und dann gibt es, zumindest in Deutschland, sehr, sehr viele kleine Geschäftsbanken. Also die Sparkassen- und Reifeisenbanken, die im Vorort als Hausbanken des Mittelstandes agieren. Die haben natürlich das Thema auch auf dem Schirm, aber die sind auch nicht so aufgestellt, dass sie sich gemütlich irgendwie fünf Experten einladen können, die für die das ganze Problem lösen. Du meinst einfach personell, strukturell? Genau, die sind noch gar nicht so aufgestellt, um das Thema so ganzheitlich anzugehen. Aber da gibt es auf allen Ebenen aus meiner Sicht Bemühungen und ich kenne keine Bank, zumindest nicht im europäischen Kontext, die das Thema Nachhaltigkeit nicht auf dem Schirm hat. Nur dadurch, dass es eben keine Blaupausenlösungen gibt für die Banken derzeit noch, versucht jeder so ein bisschen was für sich heuristisch zusammenzubasteln, was irgendwie in die Richtung geht. Und ganz viele müssen sich aber notgedrungen auf die Datendienstleister verlassen, also die Ratingagenturen, die einem sagen, ob ein Unternehmen in einem bestimmten Aspekt besonders gut oder schlecht abschneiden. Das Kurzwort ESG lief ja gerade schon. Das steht einfach stellvertretend für Nachhaltigkeit im Unternehmensbereich, nenne ich es mal. E für Ecological, also Umwelt. S für Social, also Sozial. Und G für Governance, also Unternehmensführung. Und man versucht über diese drei Aspekte Informationen über Unternehmen zu gewinnen und die in Datenbanken zu packen. Und eine Bank oder ein Investmentmanager oder ein Fonds oder dergleichen nutzt dann diese Daten, um festzustellen, okay gut, ich habe jetzt hier einen Fonds mit besonders strengen Kriterien. Ich will also nur die Besten der Besten in diesem Fonds drin haben. Das ist ein bisschen die Idee, die jetzt auch mittlerweile reguliert wird auf europäischer Ebene. Da ist gerade ein Proposal raus, das genau die Probleme dieses Marktes beschreibt mit einer sogenannten Wirkungsmessung und versucht, Lösungen zu erarbeiten. Das ganze Thema ESG, also diese drei Bereiche, die du gerade genannt hast, ist das ein erster Versuch, oder? Das Thema Nachhaltigkeit irgendwie auf spezielle Sektoren mal runterzubrechen. Ich würde eher sagen, die Idee dahinter ist Integration. Also zu schauen, gut, ich will natürlich meinem Kunden ein Produkt anbieten, das ihm mit vertretbarem Risiko eine solide Rendite verspricht und gleichzeitig will ich aber zumindest signifikanten Schaden verhindern und vielleicht auch irgendwie hier und da die positive Wirkung. Also es ist immer noch untergeordnet unter die, ich sage mal, Ertragsmaximierung und Risikominimierung, aber diese Aspekte werden mit berücksichtigt. Da sind wir gerade, glaube ich, in der Masse angekommen bei Sustainable Finance und darunter gibt es ein paar, die ein bisschen weniger machen und ein paar, die versuchen mehr zu machen. Okay, ich nehme das aber grundsätzlich als eine gute Tendenz an. Ja, ja, der Markt ist riesig. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber es sind wirklich Zahlen mit sehr vielen Nullen. Wenn man sich die reinen Anlagen anguckt, genau, aber eben ein Teil dieses Marktes ist aus Nachhaltigkeitssicht noch nicht ausreichend, würde ich sagen, so freundlich formuliert. Also wenn man den Fondsbereich sich so anschaut, ist aktuell ist so in Deutschland, dass ungefähr zwölf, zwölfeinhalb Prozent des investierten Fondskapitals in nachhaltigen Fonds liegt. Das ist jetzt eben weit von der Mehrheit entfernt, aber das ist ein deutlicher Trend nach oben über die letzten Jahre. Es ist ein bisschen langsamer geworden. Also da war der Drive nach oben war schon mal stärker, aber stagnieren tut es auch noch nicht, also soweit kann man jetzt auch noch nicht gehen, sodass man schon sagen kann, das Thema, auch wenn jetzt in der großen Masse, das längst nicht bei jedem irgendwie ganz oben auf der Agenda steht, ist es doch so, dass das Thema wächst. Okay, es wächst, aber zwölf, zwölfeinhalb Prozent finde ich jetzt wirklich nicht so viel eigentlich. Ja, aber man muss auch sehen, dass das der Bestand ist. Also die Zuwachsraten sind dann bei Neuinlagen doch höher und es gibt ja durchaus auch, das ist ja auch bei Geldanlage oft empfehlenswert, die Idee der ruhigen Hand, dass man Sachen auch vielleicht mal Jahrzehnte liegen lässt. Also so schnell kriegt man das nicht umgekrempelt, zumal das ganze Thema an sich ja auch noch vergleichsweise jung ist. Also eben ESG hat sich als, ich würde es auch wirklich mal als Standard bezeichnen, so vom Konzept her, hat sich da irgendwie jetzt durchgesetzt. Aber das war jetzt ja was, wo vor 10, 15 Jahren noch kaum jemand drüber gesprochen hat. Ich möchte nochmal ergänzen, der Sustainable Finance Markt, den kann man auch nach Regionen sich angucken, der wächst eigentlich überall und der ist in Europa bis 2020, 2021 stetig gewachsen, also die reine Menge an, ich nenne es mal Kapital und ist dann plötzlich eingebrochen. Und jetzt kann man über die Gründe sprechen, aber einer der Gründe war definitiv, dass die Europäische Kommission beschlossen hat, diesen Markt etwas zu regulieren. Und dann sind plötzlich Assets, also Anlagen rausgefallen, die vorher unter dem Aspekt Nachhaltigkeit firmierten. Weil sie doch nicht so nachhaltig waren? Weil sie nicht den Mindeststandards genügten. Ja, okay. Genau. Und die sind rausgefallen, deswegen ist es kleiner geworden? Deswegen ist zumindest das Wachstum eingebrochen. Ja, okay. Das ist die Vermutung. Aber der Gedanke, der dahinter ist, also dadurch, dass die Regularien strikter sind, ist die Nachhaltigkeit im Effekt sozusagen ja dann, also die ist ja dadurch nicht weniger geworden. Ja, das ist die Idee. Ja, okay. Wir waren gerade an so zwei, drei Punkten der Unübersichtlichkeit. Jens hat erzählt, da gibt es irgendwie diese, immer ja auch noch die Banken in den Vororten, die selber alle kämpfen, nicht vielleicht die Ressourcen haben. Es gibt aber im Markt einfach ganz unterschiedlich Aufgestellte. Und vorhin hast du gesagt, Henrik, das ist auch, um sich zu informieren, ein Informationsdschungel, das ist mir als Wort Informationsschlacht auch im Kopf geblieben. Also es ist total schwer, sich zu informieren, wenn man es dann ein bisschen schafft. Wie gut vergleichbar sind denn die verschiedenen Produkte dann auch aufbezogen, Nachhaltigkeit, ESG? Kann man da eine Vergleichbarkeit irgendwie einziehen, dass ich dann am Ende irgendwie sagen kann, naja, das finde ich irgendwie sinnvoller als das? Oder wie schwer ist das? Das geht schon, wenn man halt die Einschränkung berücksichtigt, dass ja die Maßzahl oder die Metrik an sich vielleicht nicht 100 Prozent optimal sein kann. Also es ist so ein bisschen, ja, klingt jetzt negativ, aber mit nicht ganz gut durchgeführten Umfragen so in der Wissenschaft. Wenn man die aber jedes Mal auf die gleiche Weise durchführt, dann kann man die in sich ja doch wieder vergleichen, wenn man quasi nichts von Jahr zu Jahr verändert hat in der Art, wie man die Frage formuliert hat oder so. Und so ein bisschen ist es hier auch. Also wenn man, wie gesagt, diese mathematische Herkulesaufgabe ansieht, die die Analysefirmen dann machen und die eben, du hast es ja auch erwähnt, faktisch ja auch so eine Art Engstelle oder Flaschenhals irgendwie darstellen, weil viele Akteure, sowohl die Banken als auch wir als Verbraucher, nicht die Zeit und die Ressourcen haben, uns das jetzt im Detail alles selber anzugucken und uns dann darauf verlassen, was uns da präsentiert wird, wenn man das quasi akzeptiert, dann kann man innerhalb dieser Systematik natürlich schon Unterscheidungen treffen. Und genauso wird es dann ja beispielsweise auch gemacht, dass dann als Ergebnis da steht, den Punktewert erreicht ist das Unternehmen A und das Unternehmen B erreicht ihn nicht. Und darauf kann ich mich dann weitgehend schon verlassen, dass das in dieser Philosophie dann auch so stimmt. Das heißt aber eben nicht, dass ich nicht zu ganz anderen Erkenntnissen auch kommen könnte, wenn ich quasi in eine andere Richtung schaue. Um dann Beispiel nochmal von den kleinen Banken aufzugreifen, das finde ich eigentlich ganz schön. Es kann ja durchaus sein, dass ich im besten Sinne eine anfassbare Bank in der Nachbarschaft habe, die mir da vielleicht auch Ideen und Verwendungszwecke und so weiter präsentiert, die jetzt vielleicht nicht dieses offizielle Siegel haben und die aber möglicherweise auch, was sowohl für mich als auch für die Welt bewegen. Und dann ist das möglicherweise auch fein in dieser Beziehung. Wie sehr kann ich dem trauen, wenn mir da etwas präsentiert wird? Naja, kommt eben darauf an, wer es präsentiert. Die großen Datenanbieter, das sind halt im Fondsbereich, wenn wir über passiv investierende Fonds, jetzt kommen schon gleich wieder viele Fachkonzepte, aber über die ETFs, das ist ja vielen doch ein Begriff, also in der Mehrzahl jedenfalls passive börsengehandelte Fonds, die einfach einem gewissen Aktienindex nachfolgen und quasi keine Einzelfallentscheidungen treffen. Das ist so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Also nicht sagen, auch heute kaufe ich die Aktie und morgen verkaufe ich die andere, weil ich das selber so entscheide, sondern da geht es regelbasiert zu nach bestimmten Kriterien, also zum Beispiel die x-prozentgrößten Unternehmen aus den und den Ländern oder auf den nachhaltigen Bereich bezogen die x-prozentgrößten Unternehmen, die zusätzlich noch diese Kriterien erfüllen, zum Beispiel eine Mindestnote in den Nachhaltigkeitsbewertungen. Und das wird in der Mehrheit von großen Analysehäusern gemacht, die auch etabliert sind. MSCI ist eins, FTSE hängt mit der, also FTSE geschrieben, hängt mit der Londoner Börse zusammen und eine Reihe weiterer. Das sind seriöse, solide Firmen, die quasi nach bestem Wissen und Gewissen das aufstellen, was die dann von den Firmen angeliefert bekommen. Auch da gucken natürlich jetzt zum Glück immer mehr Gutachter auch drauf. Ist auch größtenteils in Ordnung und es ist, würde ich mal sagen, so das Beste, was im Moment mit den Ressourcen geht. Sicherlich ist da noch Luft nach oben. Das würde aber die Kehrseite natürlich die Dokumentation und die Ressourcen, die dann auch in so einen Prozess reinfließen, noch weiter erhöhen. Ja, verstehe. Das ist ja der Teil des Informationsflusses. Das andere ist, ich glaube, Jens, du hattest es gerade schon mal angesprochen, ist, wie strikt setze ich denn tatsächlich die Kriterien an? Und da hast du gesagt, die EU hat mal reguliert, dann ist das eingebrochen, weil viele unter das Mindestmaß gefallen sind. Und reicht denn aus einer Nachhaltigkeitstransformationssicht die Härte der Maßstäbe sozusagen, um wirklich davon zu sprechen, dass das entspricht einem gewissen Standard von Nachhaltigkeit, der auch aus wissenschaftlicher Sicht notwendig ist? Da kann man jetzt trefflich drüber streiten. Okay, fantastisch. Der Herr Professor Timo Busch, das ist es, glaube ich, gewesen, der hat den Begriff Impact Generation geprägt und gesagt, gut, bisher sind wir dabei, dass wir eher versuchen, negative Auswirkungen zu vermeiden in diesem Markt. Und die Unternehmen weisen eigentlich im Prinzip auch das vor allen Dingen nach. Die sagen, so und so viele Emissionen haben wir im letzten Jahr verbraucht, wir haben ein Klimaschutzziel, wir haben irgendwie Frauen- und Menschenrechte bei uns verankert. Und man versucht so ein bisschen dann, in einem Sektor zum Beispiel die zehn besten Unternehmen zu finden oder dergleichen. Und da kommen diese Ratingagenturen zum Beispiel ins Spiel. Wo wir eigentlich hinwollen, ist ja, dass wirklich etwas getan wird. Also dass die Unternehmen nicht nur, sage ich mal, jetzt schon gut dastehen oder Versprechungen abgeben, sondern dass sie auch wirklich was tun. Da sind wir aber weit von entfernt rein datentechnisch. Das lässt sich gar nicht empirisch einfach so nachweisen und von den Ratingagenturen bewerten momentan. Aber mit Blick auf diese Ratingagenturen und mit Blick jetzt, was ein Verbraucher sich denkt und dann hat er irgendwie so einen ESG-Score vor sich und irgendwelche Balken, die sich bewegen. Aus meiner Sicht sind wir beim Umweltbereich okay, befriedigend, würde ich mal sagen. Beim sozialen Bereich kann man noch sehr, sehr viel mehr tun. Er liegt aber auch ein bisschen daran, was die Unternehmen berichten. Und in diesem Bereich Unternehmensführung, da finde ich sowohl das Vorgehen der Ratingagenturen als auch das, was die Unternehmen liefern, ziemlich gut. Plus, es gibt Banken, die darüber hinaus natürlich mehr machen. Es wird ja nicht nur eine Datenbank genommen, sondern man schaut sich zum Beispiel auch an, ob es Kontroversen gibt im Zusammenhang mit diesem Unternehmen. Oder um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, ich sitze im Kriterienausschuss des Kinderzukunftsfonds, der Kindernothilfe. Da sitzen wir wirklich zusammen als Gremium und entscheiden unter anderem, ob bestimmte Unternehmen wirklich jetzt noch in diesem Fonds mit aufgenommen werden dürfen oder nicht. Weil diese Unternehmen teilweise eben aktiv nachweisen müssen, dass sie etwas für Kinder- und Menschenrechte tun. Also es ist nochmal so eine Stufe drüber. Weil tatsächlich, also nur um es zu verstehen, weil da tatsächlich ein Rad zusammensitzt, der über das entscheidet, was in diesem Fonds kommt oder nicht. Und das ist nicht normal. Es wird nochmal individuell werden diese Unternehmen nochmal bewertet. Mit verschiedenen Kriterienkatalogen. Da gibt es dann eine Art Basischeck. Und dann gibt es nochmal so Fragen der Vorreiteraspekte. Also es gibt Unternehmen, die vielleicht in einem Aspekt besonders gut sind. Das wollen wir vorheben. Und denen kommt eine gesonderte Rolle zu, sage ich mal, in diesem Portfolio. Aber das führt natürlich dazu, dass man am Ende nicht mehr aus, sagen wir mal, tausend Unternehmen in einem Sektor auswählen kann. Also der dann für uns diese, ich sage mal, diese Investition oder für den Zukunftsfonds die Investitionen tätigt. Also sagt, okay, ich zeichne jetzt ein Prozent mehr von dieser Aktie. Das wird dann immer kleiner, diese Auswahl. Und das ist so ein bisschen die Konsequenz, wenn man mit strengeren Kriterien vorgeht. Bevorzuge ich natürlich als Wissenschaftler, der im Nachhaltigkeitsbereich tätig ist. Aber mir ist auch klar, dass das Konsequenzen hat. Gerade für den Privatanleger. Aber letztes Wort noch zu dem Thema Privatanlagen. Es ist ja nicht so, dass das eine 100- oder 0-Frage ist. Ich muss ja nicht mein komplettes Investment in Nachhaltigkeit investieren. Ich kann genauso sagen, ich möchte mindestens 20 Prozent oder 30 Prozent in meinem Depot haben. Und von diesen 30 Prozent sollen 10 Prozent besonders streng sein. Und 20 Prozent ist okay, wenn das die Klassenbesten sind. Das ist nicht eine 1- oder 0-Frage aus meiner Sicht. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich wollte zwei Anmerkungen dazu machen, um das nur zu unterstreichen, was du gerade aus dem Ausschuss berichtet hast. Das bedeutet eben auch, dass man dann eine aktive Investmentstrategie fährt. Und dieses komplett regelbasierte, jedenfalls wenn ich dich richtig verstanden habe, damit verlässt. Sondern sagt, ich schaue mir zwar oder nehme das halt zur Kenntnis, was aus bestimmten Scores dann da rauskommt. Aber ich schaue sozusagen nochmal mit Einzelfall oder menschlicher Intelligenz drauf und ordne das ein. Und dem einen traue ich dann vielleicht doch nicht und schmeiße ihn raus und nicht. Das ist vollkommen legitim. Aber das hat eben, wie du richtig sagst, ja auch Konsequenzen möglicherweise auch für den langfristigen Renditeverlauf. Aber es ist natürlich völlig klar, warum man das macht. Das machen ja auch große, aktive, nachhaltige Fonds, die dann mit ihrem Anlageausschuss sagen, wir suchen das jetzt tatsächlich händisch aus und wir machen es eben nicht wie die ETFs und schauen auf die reinen Punktwerte. Und die andere Anmerkung zu deiner Frage, Jonas, wie weit geht man grundsätzlich? Wo zieht man die Grenze? Da ist halt das methodische Dilemma, die Grenze ist ja immer notwendigerweise irgendwie selber festgelegt von irgendjemandem. Weil sowas wie Null, also am besten ist natürlich, man vermeidet es, wenn man jetzt eine Dimension anguckt. Aber das hat ja Rückwirkungen. Wenn man jetzt an andere Bereiche denkt, wie die Zahl der Verkehrstoten oder auch vor ein paar Jahren die Zahl der Pandemieopfer. Weil da gab es ja auch diese, oder gibt es ja im Straßenverkehr weiterhin die Diskussion, wie intensiv geht man vor, um eine bestimmte Größe auf Null zu bringen. Und das hat man im Grunde ja auch hier und ist dann in Zielkonflikten teilweise. Möchte man jetzt die absolute Priorität auf irgendwie Waldflächenerhaltung legen? Oder möchte man das Thema Gender Equality in Vorständen irgendwie oder Arbeitnehmerrechte lösen? Das führt am Ende, und da ist vielleicht der Bogen wieder zu deinem Fazit, auch wieder zu einer Nicht-Null-oder-Eins-Lösung, sondern zu einem Kompromiss, dessen sollte man sich eben bewusst sein. Dass es im Detail dann auch dazu führen kann, das sind immer so dann diese Edge-Cases, über die dann manchmal kritisch berichtet wird. Wie viel Wald muss ich eigentlich pflanzen, um mir einen beschissenen, zusammengestellten Vorstand leisten zu können, weil sich das eine gegen das andere dann aufhebt. Und deswegen sehe ich da auch die Wichtigkeit, dass es dann auch Schwellenwerte jeweils gibt, wo man auf so etwas zumindest dann hinweist, damit das dann offensichtlich auch und transparent kommuniziert werden kann. Ich würde noch sagen, dass bei dieser Frage, wie gehe ich denn vor, wie suche ich mir was aus, würde ich so vorgehen, wie ich beim Autokauf auch vorgehen würde. Ist das irgendwie ein Anbieter, der verlässlich ist, von dem er weiß, dass er verlässlich ist? Also beim nachhaltigen Finanzmarkt sind das glaubwürdige Akteure. Das kann ein gutes Indiz sein, würde ich sagen. Es gibt Banken, die glaubwürdiger sind in der Hinsicht als andere. Ich mache jetzt hier keine Werbung, keine Sorge. Und die zweite Frage, vertraue ich der Person, mit der ich da spreche? Und da kommen wir wieder zu der Sparkasse ums Eck. Vielleicht ist es für viele Anleger sinnvoller, wenn sie nicht eben, wie Hendrik meinte, selbst am Handy irgendwie die Anlageentscheidungen treffen und individuell entscheiden, wie sie alles zusammenstellen, sondern in so einen Fonds oder so investieren. Dann macht das vielleicht auch Sinn, eher dem zu schauen, ob ich diesem Berater trauen kann und ob ich den für kompetent einschätze. Wenn es also dann aber davon abhängt, nicht nur, was ist das gute Produkt und wie nachhaltig ist es, sondern es hängt auch damit zusammen, mit wem spreche ich eigentlich, wie glaubwürdig ist die Bank, die beiden Punkte, die du gerade angesprochen hast, dann, das macht dir, glaube ich, nochmal die Komplexität dieses Themas auch so klar, weil es eben nicht einfach eine Lösung gibt, die man klassischerweise auf einem Blog oder in einem Podcast erklären kann, sondern jede Ebene dieses Themas ist so individuell, so vielschichtig nochmal in sich selbst, dass es so wahnsinnig schwer ist, da durchzubringen. Und ich glaube, das führt auch, wir waren vorhin, glaube ich, an einem Punkt, eine Art von Überforderung, also einer individuellen Überforderung, wenn man sich dem Thema nähert. Und ich glaube, alle sehen sich immer danach, zu sagen, nee, was ist jetzt die nachhaltige Lösung und dann gehe ich da rein und so funktioniert es leider nicht und deswegen ist dann auch so ein Disclaimer, wie ich ihn am Anfang gemacht habe, eigentlich notwendig, zu sagen, das hier ist keine Anlageempfehlung, weil wenn du das wirklich machen willst oder wenn du irgendwie was machen willst, dann musst du deinen Weg finden und das funktioniert nur, wenn du selber Zeit investierst. Ja, befürchte ich, ja. Also ganz ohne Zeitinvestition wird das nicht gehen. Ist aber auch logisch daher, weil einfach mehr Metriken dazukommen. Hendrik, du hast gerade den Kopf geschüttelt, als Jens von den Beratern gesprochen hat. Warum? Ja, ich habe den Kopf zumindest ein bisschen warnend gewiegt, weil da halt ein anderes Problemfeld mit reinkommt im Bankberatungsbereich. Also du hast ja auch Autoverkauf sogar schon erwähnt und bei Finanztip sprechen wir eigentlich dann lieber von Bankverkäufern als von Bankberatern, weil Berater immer neutral und unabhängig klingt. In der Praxis ist es aber fast immer so, dass der Bankverkäufer dann eben die hauseigenen Produkte verkauft und der dann nicht notwendigerweise von den Nachhaltigkeitszielen zum Beispiel so sehr denkt, wie vielleicht von seinen persönlichen Renditezielen, Stichwort Provision. Das gilt natürlich mit deutlicher Einschränkung für die eben von dir auch erwähnten spezialisierten Banken, denen ich dann sehr viel höre oder einfach eine hohe Glaubwürdigkeit zubillige, aber auch wenn wir gerade positiv von der kleinen Sparkasse oder Volksbank um die Ecke gesprochen haben, gilt das sozusagen nicht als Persilschein für die. Wenn die mir sagen, wir haben hier vor Ort ein tolles Projekt, in das man irgendwie gemeinsam auch anlegen kann, ich weiß nicht, einen Bürgerwindpark oder so oder es gibt hier einen landwirtschaftlichen Betrieb, der vernünftig arbeitet und das ist irgendwie ein Schwerpunkt unserer Arbeit, dann finde ich das erstmal so von den Auswirkungen her gut. Auch da sollte man jetzt nicht 100 Prozent seines Kapitals reinstecken, weil das teilweise sehr riskante Unternehmungen sein können, aber da ist jetzt inhaltlich erstmal nicht so viel gegen zu sagen. Wenn ich aber einfach nur sage, ich möchte hier 10.000 Euro nachhaltig anlegen, dann kann es durchaus passieren, dass mir zum Beispiel ein Anlagezertifikat verkauft wird. Also Zertifikate hören sich toll an, sind aber nichts anderes als Wettscheine, platt gesagt. Das Geld fließt nicht in irgendwelche Projekte, sondern rein in die Bank. Ich habe eventuell noch irgendeine Nachhaltigkeitsgröße, die da im Hintergrund steht und von der dann am Ende meine Auszahlung abhängt, aber die Verbindung zwischen beidem existiert quasi überhaupt nicht. Und das ist ein riesiges Problem, dass mir Finanzprodukte verkauft werden, die jetzt im Fall der Zertifikate nun wirklich keine Auswirkungen haben. Bei Aktien kann man ein bisschen intensiver reingucken, wie sich das verhält. Bei den Zertifikaten ist es sicherlich nicht so. Und auch bei den Aktienfonds gibt es eben große Kostenunterschiede. Das sollte man auch nicht vernachlässigen. Dann habe ich möglicherweise einen Aktienkorb, der von einer ganz normalen Bank, die eben nicht darauf spezialisiert ist, nach den vergleichbaren Messgrößen zusammengestellt ist, wie der ETF, aber kostet vielleicht das Zehnfache an Gebühren. Das sind realistische Größenordnungen, dass man für aktiv gemanagte Fonds zwei oder sogar über zwei Prozent Jahresgebühr bezahlen muss. Und wenn dann eine Arbeit erledigt wird, die ich als Kunde gut finde, dann kann ich das auch machen. Also es ist immer die Frage, was für einen Gegenwert erwarte ich und bekomme ich für mein Geld. Wenn aber diese zwei oder zweieinhalb Prozent Jahresgebühr im Grunde am Ende genauso investiert werden, wie ich es mit einem günstigen, regelbasierten ETF auch hingekriegt hätte, dann finde ich, ist das Geld wirklich aus dem Fenster geschmissen. Denn über ein Anlegerleben bedeuten zwei, zweieinhalb Prozent, dass man durchaus bis zum Ruhestand vielleicht die gesamte Summe einmal auch an Gebühren abgedrückt hat, weil sich das ja irgendwie dann mal der 100 Prozent annähert rechnerisch. Und das, finde ich, ist definitiv zu viel. Ich muss, wenn ich die Ziele habe, nachhaltig zu investieren, jetzt nicht unbedingt noch den allgemeinen Vertriebsapparat einer normalen Bank füttern. Jens? Ja, ich wollte noch reinspringen, genau hier bei der Frage, was bringt mir das, wenn die irgendwas aktiv managen. Ich kann jetzt nicht zur Sachfrage klären, ob da wirklich nochmal 0,5 Prozent oder drei Basispunkte oder irgendwo rauskommen. Aber es gibt Fonds, die sogenannte Engagement-Prozesse vorantreiben. Die sind groß genug und haben genug Anteile in großen Unternehmen, um aktiv in die Unternehmensführung einzugreifen. Und wenn das ein nachhaltiger Fonds ist und der bei einem großen Unternehmen, die vielleicht eher grau oder dunkelgrau oder fast schon braun sind, tatsächlich in diesen Prozess eingreifen und das dazu führt, dass das Unternehmen seine Geschäftspraktik ändert oder zumindest verbessert, dann ist das natürlich ein echter Impact, der über diese Frage der Kapitalkosten, mit der wir eingestiegen sind, weit hinausgeht. Und wenn mir das das wert ist und wieder der Anbieter glaubwürdig ist und das wirklich nachweisen kann, dass er das schon in der Vergangenheit getan hat, oder sie, ich weiß nicht, wie wir das gendern, dann ist das, aus meiner Sicht, kann das gerechtfertigt sein. Wieder mit diesem Zielkonflikt geht es mir darum, möglichst für die Altersvorsorge vorzusorgen, oder bin ich bereit, auf einen Teil meiner Rendite zu verzichten. Weil momentan, muss man ehrlich eingestehen, ist das noch so. Man kann Glück haben natürlich und man kann natürlich auch irgendwie mit hohem Risiko in ein Startup investieren. Das geht natürlich immer und einen guten Gewinn abfahren. Man kann aber genauso gut damit auf die Schnauze fallen. Und immer wenn ich was anderes mache, als der Standardfall, nämlich in die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt zu investieren, dann habe ich da eine Abweichung, sowohl im Risiko als auch in der Rendite. Ja, wir haben jetzt hier über verschiedene Formen des Geldinvestierens gesprochen. Es gibt ja auch noch das, ich will mein Geld einfach irgendwie verwalten. So diese einfach Alltagskonten, wo ich ja jetzt nicht klar in irgendetwas direkt investiere, sondern ich gebe das Geld einer Bank, die verwahrt ist, und ich kann es abrufen, wenn ich es brauche. Auch da gibt es verschiedene Anbieter. Wir haben zwischendurch gesprochen, da gibt es vertrauenswürdige Anbieter und weniger welche. Nun gibt es diese Auswahl, ich glaube, es sind sechs oder sieben größere Banken in Deutschland, die sich als ethisch korrekt bezeichnen. Folgt das einem Kriterienkatalog, wo ihr sagen würdet, das sind tatsächlich die, denen man trauen kann, dass sie sich möglichst verantwortungsbewusst, vielleicht gegenüber dieser drei Kriterien, E, S, G, in der Abwägung mit all den Zielkonflikten, die wir besprochen haben, aber dass sie sich grundsätzlich nach dem sehr vertrauensvoll richten. Hendrik? Ja, also da gibt es zum einen, was in Deutschland einen guten Ruf hat, den Fair Finance Guide, also eine Organisation, die die Banken jährlich untersucht, auch wiederum nach bestimmten Kriterien, so wie das jetzt die Aktienfonds oder so mit den Unternehmen machen, machen die das halt konkret mit den Bankdienstleistungen. Und da kommt dann eben eine gute Handvoll von mittlerweile auch teilweise recht traditionsreichen, reichen Häusern irgendwie rein. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar, um nicht zu sagen, jetzt macht man für eine Werbung, aber da gibt es die GLS-Bank, die so die älteste und in Deutschland auch größte Nachhaltigkeitsbank ist. Dann gibt es die Triodos-Bank aus den Niederlanden, die europaweit aktiv ist, mit den Deutschlandsgeschäften deutlich kleiner als die GLS, aber so in der Gesamtsumme sogar die größere Bank ist europaweit. Da gibt es mit Tomorrow einen recht neuen Anbieter, die selber gar nicht eine Vollbank sind, sondern das in Kooperation mit einem Bankpartner machen, aber eben auch da Regularien eben anlegen, was mit dem Geld dann gemacht werden soll. Und ein wichtiger Bereich, das habe ich jetzt vergessen, es gibt die Umweltbank, die ist weniger mit den Alltagskonten unterwegs, sondern da legt man halt Sparguthaben an und hat jetzt kein Girokonto oder keine EC, keine Girokarte oder keine Kreditkarte oder sowas. Es gibt noch eine Volksbank in Thüringen, die Ethikbank. Also das ist eigentlich eine traditionelle Volksbank, die aber ein Zweitlabel eingeführt haben unter dem Namen Ethikbank und darüber nachhaltig wirtschaften und den ganzen Bereich der kirchlichen Banken. Der ist sicherlich auch noch zu nennen, sowohl von der katholischen als auch von der evangelischen Kirche. Also da hat man, wie gesagt, je nachdem, wie weit man nach unten schaut, irgendwie eine gute Handvoll bis ein Dutzend Banken. Und das ist in meinen Augen deswegen sehr interessant, wenn wir über Wirkungszusammenhänge nachdenken, dann ist man direkter an bestimmten Projekten beteiligt. Denn das Geld, was die Bank einnimmt und wenn sie dann sagt, hier sind die Kreditnehmer, an die wir das dann weitergereicht haben und ich kann das bei diesen Banken auch transparenter nachlesen, das steht dann wirklich in den Berichten teilweise drin, 10.000 Euro Kredit gab es jetzt hier für die Förderschule in Köln und 300.000 Euro hat irgendwie ein landwirtschaftlicher Betrieb in Schleswig-Holstein bekommen. Also das wird da tatsächlich offengelegt, manchmal anonymisiert, manchmal sogar, weil es einen gewissen Werbeeffekt ja auch hat, sogar komplett, dass man das nachlesen kann. Das ist etwas, was die herkömmlichen Banken nicht tun und da fließt tatsächlich Geld. Das ist ein wichtiger Unterschied, den ich an der Stelle auch mal anbringen wollte, weil das vorhin einmal fiel. Bei Aktien ist es eben nicht so oder nur in besonderen Fällen so. Wenn ich mir eine Aktie von einem Windanlagenbetreiber kaufe, dann ist diese Aktie in aller Regel bereits am Markt gehandelt gewesen. Das heißt, ich kaufe sie jemand anderem ab und die Firma selber nimmt normalerweise noch nicht mal Notiz davon. Es gibt nur die Ausnahme, wenn natürlich eine Firma, irgendwann hat es ja mal angefangen, also wenn eine Firma erstmalig an die Börse geht und Kapital aufnimmt, in diesem Moment wird selbstverständlich irgendwie neues Geld eingesammelt und auch in den Fällen, in denen das Aktienkapital erweitert wird, also eine sogenannte Kapitalerhöhung. Das ist aber jetzt auch ein Event, was bei vielen Firmen auch nur alle paar Jahre mal vorkommt und bei manchen lange Zeit gar nicht. Das heißt, diese Vorstellung, ich kaufe mir jetzt, um es mal umzudrehen, vielleicht des Arguments willen, ich kaufe mir jetzt Aktien eines Tabakherstellers und damit machen die jetzt irgendwie was. Das stimmt zumindest so direkt nicht. Der Tabakhersteller sieht mein Geld gar nicht. Während der Biobauernhof, der mein Sparkonto irgendwie dann weitergereicht bekommt, jetzt mal ganz indirekt gesagt, also die Bank betreibt ja Kreditschöpfung, die kann ja dann bestimmtes Geld ausleihen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht einen größeren Einfluss hat auf die Realwelt. Und das steht so ein bisschen im Missverhältnis, ein letzter Punkt, im Missverhältnis zu der Aufmerksamkeit, die dieses Thema bekommt. Denn alle diese Banken sind doch eher in der Nische weiterhin, auch wenn manche über die Jahre stark gewachsen sind. Aber wenn man die Berichterstattung und auch die Überlegungen, die viele von uns haben, was jetzt das Investieren in Fonds, in Aktien angeht, mal vergleicht mit der Überlegung, wie man einfach über das ganz normale Tagesgeldkonto oder den Sparbrief nachdenkt, ist das in meinen Augen ein bemerkenswertes Missverhältnis. Okay, du hast gerade gesagt, du willst zustimmen? Ja, sehe ich ganz genauso. Wir haben ja eingestiegen mit der Frage, wann hat Geld wirklich eine Wirkung? Und Geld hat natürlich dann eine Wirkung, wenn es direkt investiert wird in die Realität oder in realisierbare Dinge. Und da ist dann eine Bank, die transparent in bestimmten Sektoren, in bestimmten Bereichen Geld verleiht und auch Kredite mal nicht vergibt, wenn Kriterien nicht erfüllt werden. Das gehört dazu zu dem Geschäft dieser Banken. Dann hat das natürlich eine andere Wirkung, als wenn das Geld in der Bilanz eines Unternehmens eigentlich verschwindet. Ich würde noch ein Zwischending allerdings nennen. Das kann ich nicht vollumfänglich empfehlen, aber ich will es mal andeuten. Man kann ja neben Aktien auch in Anleihen investieren. Und eigentlich Anleihen selbst haben jetzt keinen direkten kausalen Effekt, weil das eigentlich eine Refinanzierung ist. Also im Prinzip wird Geld... Das musst du kurz erklären. Im Prinzip habe ich ein Bündel von Kapital oder Anlagen und darin kann jemand investieren, kriegt eine Rendite. Und da habe ich mein Kapitalaufkommen vergrößert, als derjenige, der es emittiert. Also in dem Fall nicht die Emissionen, sondern eben die Anleihen. Und da gibt es grüne und soziale Anleihen. Da gibt es auch blaue Anleihen für Wasser und dergleichen. Und dieser Anleihenmarkt, der wird zunehmend auch reglementiert. Und es gibt zunehmend Anbieter, die das sehr viel besser sich angucken, also die strengere Kriterien anlegen, sowohl bei der Vergabe als auch bei der Prüfung durch andere Akteure. Da gibt es also externe Gutachten und Reviews. Also wir machen zum Beispiel auch eine Impact-Bewertung für solche grünen Anleihen, wo wir wirklich versuchen zu quantifizieren, was die dahinterliegenden Projekte denn bewirkt haben. Das ist natürlich eine Vergangenheitsschau. Die wurden ja schon finanziert, die Projekte. Aber es gibt Anleihenanbieter, wie zum Beispiel die NRW-Bank, das ist hier die Förderbank des Landes NRW, die versprechen oder gewährleisten, dass das Geld, das darüber reinkommt, generiert wird, wieder in solche Projekte fließt. Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass wenn man irgendwie eine soziale Anleihe gezeichnet hat, dass vielleicht ein bisschen Geld dann doch in die Windenergieanlage fließt. Oder meinetwegen die Förderung des Mittelstandes oder so. Aber da gibt es einen indirekten Kausalzusammenhang, der ist nicht ganz so direkt wie bei den Krediten, aber ist vielleicht für Kapitalmarktanlagen eine nette Entscheidung, sich die Bonds zu nehmen, die eben besonders gut abschneiden bei der Frage der Glaubwürdigkeit, die Indikatoren quantifizieren und so weiter und so fort. Ja, das stimmt sicherlich. Also vor allen Dingen eben für den Bereich auch der Unternehmensfinanzierung. Ich finde, bei den nachhaltigen Anleihen oder Bonds ist ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder ein bisschen Kritik angebracht. Bei den staatlichen, die gibt es ja auch. Also die Bundesrepublik beispielsweise gibt seit ein paar Jahren auch grüne Bundesanleihen heraus. Das hat insofern auch wieder, wie so vieles, was wir hier besprechen, schon irgendwie einen gewissen Effekt, dass man das Thema auf die Agenda setzt und dass man darüber nachdenkt, dass man Daten erhebt und darüber spricht. Aber ansonsten ist es vom Impact doch ein ganzes Stück fragwürdig, denn am Ende entscheidet ja dann doch das Primat der Politik, was umgesetzt wird und der Deutsche Bundestag beispielsweise oder andere Parlamente und nicht Investoren, selbst wenn sie sich jetzt auf eine grüne Staatsanleihe stürzen würden. Auch da kann es natürlich zu indirekten Effekten kommen, wenn jetzt irgendwie festgestellt wird, oh, alle wollen nur noch grüne Anleihen, dann hat das vielleicht auch ein Signal für die Parlamentsmehrheit. Aber das ist dann doch auch wieder ein sehr, sehr um die Ecke gedachter Übertragungsmechanismus. Der Regelfall ist dann doch eher, dass Projekte, die ohnehin umgesetzt werden, dann eben so, wie du es auch gesagt hast, refinanziert werden. Ich mag zustimmen und widersprechen. Zustimmen. Die Kausalkette ist auf jeden Fall noch sehr viel indirekter bei sogenannten Sovereign Bonds, also bei staatlichen Akteuren. Wir hatten ja gerade NRW, das Land NRW vergibt auch eine Nachhaltigkeitsanleihe, das Land Baden-Württemberg vergibt einen Green Bond. Wahrscheinlich mittlerweile alle Bundesländer machen was Ähnliches. Und da drin sind dann Projekte gebündelt aus dem Staatshaushalt. Also man kann natürlich nicht die Personalausgaben der Beamten irgendwie darin reinbündeln, aber normalerweise schon Dinge, die zum Beispiel auf Landesebene explizit entschieden werden mit Blick auf bestimmte Nachhaltigkeitsziele. Also zum Beispiel die Biotop-Kartierung in Baden-Württemberg als Beispiel. Und das hat zwei Effekte, die durchaus interessant sind aus meiner Sicht. Erstens, das zwingt die Behörden dazu, bestimmte Informationen zu erfassen, denn um nachzuweisen, dass das wirklich nachhaltig ist, muss man an irgendeiner Stelle mal versuchen, irgendwas zu messen oder zumindest abzuschätzen. Das hat also schon eine Wirkung auf die Frage, wie man sowas als Staat finanziert oder vielleicht auch kofinanziert. Manchmal sind ja auch private Investitionen dabei. Aber der zweite Aspekt, der interessant ist, ist die Frage, ob das zusätzlich ist. Also was ist daran zusätzlich? Und Staatsakteure haben die besondere Gelegenheit und die besondere Möglichkeit, im Prinzip Geld zu verschenken zum Beispiel. Die können sagen, gut, wenn du hier, wir haben das E-Auto, bei dem kennen das alle, kriegt man irgendwie einen Zuschuss. Kriegt man im Prinzip Geld geschenkt oder PV-Anlage auf dem Dach. Und anderer Zusätzlichkeitseffekt, ich kann zum Beispiel meiner landeseigenen Bank oder der KfW sagen, ja gut, wir verleihen Geld für bestimmte Zwecke und das sind, dieser Zins darauf, der ist ein Prozent unter dem Marktzins. Das ist auch geschenktes Geld im Prinzip. Und wenn solche grünen Anleihen und die daraus entsprechenden Prozesse dazu führen, dass sowas passiert, mit Blick auf Ziele, die wir als Gesellschaft erreichen wollen und mehr passiert und besser passiert oder vielleicht auch andere Akteure in die Lage versetzt werden, wie die Geschäftsbanken, sowas zu tun, dann ist das auch eine komplizierte Wirkungskette, muss ich zugeben, aber eine, die ich auch aktiv beforsche und von der ich der Meinung bin, dass sie etwas bringen könnte. Okay, bevor ich gleich euch mit meiner letzten Frage konfrontiere, Hendrik, wolltest du noch kurz was dazu sagen? Genau, ich wollte dir zustimmen, dass die Zusätzlichkeit natürlich der entscheidende Punkt ist und man sich aber auch klar sein muss, dass das Gegenbeispiel die kommunizierenden Röhren wären. Also im Grunde so mehrere Röhren, die miteinander verbunden sind, wo halt so ein Wasserpegel ist. Wenn man aus der einen Wasser rausschöpft oder reingießt, dann ändert sich die andere aber eigentlich genau so, um das Gleichgewicht wieder auszulösen. Und das wäre halt der Fall, wenn jetzt mit grün eingezahltem Geld auch was Grünes gemacht wird, aber dann eben im Hintergrund anderweitig Geld verschoben wird. Und das kann man jedenfalls auch konzeptionell und auch in der Realität an vielen Bereichen schon auch beobachten. Also ein Beispiel ist die Deutsche Bahn. Also ich will der Bahn jetzt nicht grundsätzlich die Umweltfreundlichkeit absprechen, aber die Werbebotschaft, dass der Fernverkehr komplett Ökostrom ist, bedeutet halt im Detail, dass der Nahverkehr es eben nicht ist. Und da ein großes Kohlekraftwerk. Und auch am Aktienmarkt hat man diese kommunizierenden Röhren, die eine wichtige Rolle spielen bei der Überlegung. Was hat es für eine Auswirkung, wenn in als grün empfunden Unternehmen investiert wird? Was passiert denn dann mit den braunen Unternehmen, wenn sie weiterhin Profite machen? Und ein wichtiger Punkt in der Überlegung sind eben nicht nur die Nachfrager, also die Leute, die das Produkt kaufen, sondern auch der Gesetzrahmen, der ja auch natürlich Richtlinien vorschreibt. Wenn es also legal und profitabel ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass auch diese braunen Unternehmen in irgendeiner Form weitermachen. Im Worst Case sozusagen aus gut meinenden Anlegern, dann halt vielleicht sogar abseits der Börse. Also auch die Börse ist natürlich nur ein Segment der Weltwirtschaft. Und es gibt auch da durchaus Beispiele, wo ein Unternehmen sagt, ach, auf diese ganze Dokumentationspflicht und Nachhaltigkeitspunkte, da gewinnen wir nichts mit. Wir gliedern das jetzt aus und das ist jetzt halt ein anderer Bereich. Ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Natürlich müssen sie sich dann auch darum kümmern, wie sie das dann finanzieren. Aber wenn sowas dann von großen Privatinvestoren gehandelt wird und keine Berichte mehr in der Öffentlichkeit sind, dann ist für die Auswirkungen da sicherlich auch kein Effekt erzielt worden. Unser Ausgangspunkt war einige Schritte vorher und das ist spannend, was bei euch das dann eben auch im Miteinander auslöst, welche Wellen sozusagen oder welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und das zeigt natürlich auch, wie herausfordernd es ist. Nicht nur, wir haben am Anfang viel über die private Sicht gesprochen, sondern auch wenn man dann versucht, die anderen Ebenen dahinter zu durchsteigen, dann hat das Auswirkungen in die verschiedensten Bereiche dieser Welt und unseres Lebens. Und das ist natürlich für euch sicherlich, weil ihr euch damit beschäftigt, das richtig Spannende an dem ganzen Thema. Und das ist aber natürlich auch das, was so Herausforderungen komplex macht. Als Abschluss, wie immer in diesem Podcast, wollte ich euch fragen, wir haben ein paar Herausforderungen angesprochen, mir ist vor allem im Kopf geblieben, dass die große Herausforderung, die Nachhaltigkeitskriterien irgendwie anzupassen und auch eine Übersicht als Privatmensch zu bekommen, mal ganz offen, weil wir so an so verschiedenen Herausforderungen waren, was sind die Dinge, die ihr vielleicht in eurem Umfeld beobachtet, was sind auch die Dinge vielleicht, die wir schon angesprochen haben, die euch besonders viel Mut macht, dass der gesamte Finanzbereich nachhaltiger wird, dass er einen Impact hat auf das, was wir die Transformation hin zu einer nachhaltigen Welt machen, dass der Impact da größer wird und in Zukunft auch stärker wird. Vielleicht fangen wir mit dir an, Hendrik. Ja, auch keine triviale Frage, aber wenn ich drüber nachdenken kann, Mut macht mir, nein, ist ja auch so gedacht, Mut macht mir auf jeden Fall, dass Nachhaltigkeit per se ein ganz, ganz großes Thema bleiben wird, weil natürlich die Herausforderungen enorm sind und ob wir das jetzt im Einzelfall immer so gerne haben oder nicht, uns die Themen wie Klimawandel, soziale Gerechtigkeit sowieso ständig begegnen und weil ich guten Mutes bin, dass das eben in allen Dimensionen auch beim Anlegen wie auch bei Konsumentscheidungen eine Rolle spielen wird. Und daraus folgt dann für mich, wenn das Thema auf der Agenda bleibt, wird es auch tendenziell verfeinert werden im Bewusstsein der Profis und auch der Normalos, also dass die einen bessere Daten noch zur Verfügung stellen und die Diskussionen quasi verbessern auch und dass aber auch der Einzelne, wir haben über den Dschungel gesprochen, vielleicht dann eines Tages sich darin besser zurechtfindet, nicht weil der Dschungel insgesamt jetzt komplett durchsichtig wird, das wird möglicherweise nicht so passieren, aber dass jeder doch in seinem Feld sich ganz gut orientieren kann und bessere Angebote bekommt, aha, das ist jetzt konkret für mich interessant und daraus kann ich jetzt wählen und da sehe ich auch, was dann wirklich passiert für die Welt und auch für meine Anlage, denn dazu gehört eben auch ja die Risikostreuung und Ausgewogenheit, ist von dir auch mehrmals angesprochen worden, das würde ich auch gerne nochmal als ganz wichtig unterstreichen, denn wir kriegen bei Finanztip eben Rückmeldungen auch von unterschiedlichsten Anlegerinnen und Anlegern. Es ist sozusagen auch nichts damit geholfen, wenn ich viel Geld in ein Projekt stecke, was vielleicht einen hohen Impact hat und was dann aber am Ende pleite geht. Da gibt es auch Stichwort Procon, Windanlagen aus den letzten Jahren ein ganz unrühmliches Negativbeispiel, sodass der beste Rat ist und das stimmt mich optimistisch, dass da hoffentlich viele Menschen dem folgen, eben nicht alle Eier in einen Korb zu legen, wie du ja auch zu Recht gesagt hast, nicht null oder hundert Prozent, sondern vielleicht Kompromisse einzugehen, wie in vielen anderen Bereichen auch im Leben und dann zu sagen, hier ist jetzt meinetwegen ein Sozialfonds, der auch Mikrokredite ausgibt, der ist jetzt nicht mein Renditebringer, aber das ist was, wo ich richtig gut mit gutem Gewissen auch schlafen kann und auf der anderen Seite habe ich dann vielleicht auch irgendwie eine Firma wie Nestlé oder Volkswagen oder BP, um jetzt mal ein paar heißer diskutierte Kandidaten zu nennen. Vielleicht ist auch das ein guter Wirkungszusammenhang, weil zum Beispiel sowas wie Stewardship, also Eigentumsentscheidungen, Eigentümerentscheidungen auch da eine Rolle spielen. Da sind zum Beispiel auch die großen ETF-Anbieter sogar gerade am Experimentieren und sagen, wir wollen jetzt auch mal herausfinden, was denn die Leute, die unseren ETF haben, was die denn eigentlich wollen. Also da bin ich sehr gespannt, wie das dann in der Praxis aussieht. BlackRock als Größter hat das angekündigt für dieses Jahr. Das wird am Anfang auch wahrscheinlich eher holzschnittartig laufen, aber es ist schon mal ein erster Schritt, um auch da ein bisschen genauer hinzuhören und nicht einfach nur vom Schreibtisch aus zu entscheiden. Jens? Ja, ich habe drei Punkte zum Thema. Erstens, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass die Probleme bei diesen ESG-Bewertungen mittlerweile auch die Politik erreicht haben und jetzt alle Akteure an den Tisch kommen, um Lösungen zu finden für das Problem. Und ich glaube, da bin ich relativ hoffnungsfroh gestimmt, dass zumindest für diesen Hauptteil des Marktes, nenne ich mal, dass da was gefunden wird. Der zweite Aspekt, der mich hoffnungsfroh stimmt, ist, dass zunehmend jetzt auch soziale Aspekte eine Rolle spielen und andere Umweltkategorien. Also mit der Klimakrise haben wir gleich auf die Biodiversitätskrise. Da würden wir uns auch gerne irgendwie mit beschäftigen. Das kommt zunehmend jetzt in den Markt rein. Da gibt es dann wie immer irgendwelche Frontrunner, die da vorne weg rennen und dann gibt es nach und nach die größeren Institute, die dann hinterherlaufen. Aber auch das ist ja gewünscht. Und der dritte Punkt ist, dass das Thema Transformation selbst auf die Agenda gekommen ist. Denn das Problem ein bisschen beim nachhaltigen Finanzieren ist, wir hatten ja heute schon Windenergie und PV, das ist natürlich leicht. Ich könnte jetzt einfach in Windenergieanlagen und PV-Anlagen investieren und das ist auch gut für die Welt. Wir wollen in der rausbauen und ich kann auch entscheiden, ich will nicht in BP oder so investieren oder in Kohlekraftwerke. Aber dazwischen ist ja ein riesiger Bereich der grauen Wirtschaft. Und wenn wir irgendwie halbwegs über die Runden kommen wollen in den nächsten Jahrzehnten, ich sage halbwegs, weil ich nicht immer so optimistisch bin, dann müssen wir aber an diese Wirtschaft ran. Die müssen wir dazu bringen, dass die anders wirtschaften oder besser wirtschaften, sich verbessern, dass sie die Gelegenheit haben, dass sie die Zeit haben und die brauchen dafür Geld. Die müssen investieren können. Die brauchen Planungssicherheit, die brauchen Gesetze, die brauchen Regularien, die brauchen alles, all das brauchen die. Aber am Ende des Tages müssen die, gerade so verarbeitende Industrie, die müssen auch einfach Dinge bauen und Maschinen generieren und Prozesse steuern und dafür brauchen die Geld. Und wenn wir es schaffen, da einen Mechanismus zu finden, das Sustainable Investment oder Sustainable Finance auch bedeutet, diesen Unternehmen dabei zu helfen, dann kann das vielleicht sogar der größere Impact sein, weil das Delta, also die Diskrepanz zwischen dem, was jetzt ist und was dann nach Implementierung von Maßnahmen eintritt, größer ist als ein bereits besonders gutes Unternehmen nochmal um 0,5 Prozent besser zu machen. Ja, verstehe. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart und auch manchmal verschiedene Sichtweisen auf ein Thema geworfen hat. Ich glaube, das hilft total beim Verstehen dieses, wir haben es gesagt, sehr, sehr komplexen Themas mit den vielen Ebenen. Danke Hendrik, danke Jens. Gerne geschehen. Hat mich gefreut. Schöne Grüße aus Berlin nach Wuppertal. Wenn euch beim Zuhören die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie sehr gerne weiter, darüber freuen wir uns, teilt sie auch gerne mit anderen Menschen. Wir freuen uns ebenfalls über Feedback sehr doll, das könnt ihr gerne als Bewertung dalassen, wo ihr diesen Podcast hört oder ihr schreibt uns über die Social Media Kanäle oder auch per Mail auch gerne neue Themen für kommende Podcast-Folgen, die nehme ich gerne auf. Ihr erreicht uns unter zukunftswissen-fm at wupperst.org Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören und bis bald.